Die Neurowissenschaft hat entschlüsselt, was im Gehirn passieren muss, damit wir Produkte kaufen. Hier konkurrieren vor allem diese beiden Strukturen. Wird ein Produkt so präsentiert, dass es den Nucleus Accumbens, unser Belohnungssystem, aktiviert, kaufen wir es. Gegenspieler ist die Insula. Hier findet die Schmerzverarbeitung statt, auch für den Preisschmerz. Bei hohen Preisen ist die Insula aktiv und verhindert den Kauf. Bleibt die Insula passiv, weil der Preis niedrig ist oder das Belohnungssystem so stark feuert, dass es den Schmerz überlagert, reift die Kaufentscheidung. Die Neurowissenschaft hat entschlüsselt, was im Gehirn passieren muss, damit wir Produkte kaufen. Hier konkurrieren vor allem diese beiden Strukturen. Wird ein Produkt so präsentiert, dass es den Nucleus Accumbens, unser Belohnungssystem, aktiviert, kaufen wir es. Gegenspieler ist die Insula. Hier findet die Schmerzverarbeitung statt, auch für den Preisschmerz. Bei hohen Preisen ist die Insula aktiv und verhindert den Kauf. Bleibt die Insula passiv, weil der Preis niedrig ist oder das Belohnungssystem so stark feuert, dass es den Schmerz überlagert, reift die Kaufentscheidung. Die Neurowissenschaft hat entschlüsselt, was im Gehirn passieren muss, damit wir Produkte kaufen. Hier konkurrieren vor allem diese beiden Strukturen. Wird ein Produkt so präsentiert, dass es den Nucleus Accumbens, unser Belohnungssystem, aktiviert, kaufen wir es. Gegenspieler ist die Insula. Hier findet die Schmerzverarbeitung statt, auch für den Preisschmerz. Bei hohen Preisen ist die Insula aktiv und verhindert den Kauf. Bleibt die Insula passiv, weil der Preis niedrig ist oder das Belohnungssystem so stark feuert, dass es den Schmerz überlagert, reift die Kaufentscheidung.